Hallo Leute, Internet im Ausland. Stefan und ich haben das bisher immer über unseren Glocal.me oder über einen mobilen Hotspot gelöst. Da konnten wir beide schön uns mit verbinden und hatten Internet im Ausland. Allerdings, seit einiger Zeit haben Stefan und ich endlich mal ein Handy mit eSIM oder auch vSIM Support. Und damit erschließen sich für uns ganz schön viel mehr und vor allem aber günstigere Möglichkeiten, die Alternative sozusagen zum Glocal.me und zum Hotspot. Aber was ist überhaupt eine eSIM? Stefan und ich hatten bisher ein iPhone aus Hongkong. Das hatte den großen Vorteil, dass da zwei SIM-Karten rein konnten, aber keine eSIM. Allerdings, jetzt haben wir schon seit einiger Zeit ein iPhone mit eSIM und unsere traditionelle SIM-Karte ist weiterhin im iPhone drin. Allerdings können wir von verschiedenen Anbietern Mobilfunktarife hinzufügen zu unserer sogenannten eSIM. Damit kann ich die eSIM sozusagen wechseln, wie ich möchte, auch vom Anbieter wechseln, wie ich will, weil immer nur das aktiviert wird, was ich eben haben möchte. Kurzes Beispiel. Ich gehe jetzt nach Thailand und möchte dort eine eSIM von DTEK haben mit der Happy Tourist SIM. Das gibt es zum Beispiel. Dann kaufe ich mir diesen Mobilfunkvertrag. Ich bekomme die Möglichkeit, wie ich die zu installieren habe. Ist total einfach in wenigen Schritten. Und schon habe ich, wenn ich nach Thailand ankomme oder wenn ich sie eben in Thailand erst aktiviere, Internet über diese eSIM. Es gibt da übrigens relativ viele Anbieter am Markt. Wir haben da seit ungefähr einem Jahr ein Auge drauf geworfen und haben es reduziert auf drei Anbieter, die für uns immer am günstigsten waren. Und wichtig zu sagen an der Stelle ist, keiner der Anbieter weiß, dass wir dieses Video machen und wir bekommen auch kein Geld für dieses Video. Das ist absolut unsere Erfahrung, die wir jetzt eben in einem kompletten Jahr gemacht haben. Für uns auf Platz 1 ist da zum Beispiel AirAlo. AirAlo hat den Sitz in Singapur und die waren offen gesagt immer am günstigsten, mit am günstigsten. So konnten wir beispielsweise für die USA ein recht hohes Datenvolumen kaufen und sind ja da. Ich glaube letzten Sommer ungefähr oder Herbst waren wir sogar live aus den USA über diese eSIM. AirAlo ist ein Anbieter, der einmal regionale und auch globale oder auch für länderspezifische Tarife anbietet. Da gibt es eine App für. Die ladet ihr euch runter, erstellt einen Account und könnt euch dann für das Land entsprechend, je nachdem wie lange ihr da seid und wie viel Gigabyte ihr braucht, euch den Mobilfunktarif, das ist wie gesagt nur für die bestimmte Dauer, das ist kein Vertrag, kaufen und dann die eSIM installieren. Wie das geht, das zeigt euch ganz einfach. Der Anbieter sind echt nur wenige Schritte und dann kann es schon losgehen sozusagen. Manchmal muss ich sagen, dauert es einen Moment. Das heißt, das Telefon oder das Smartphone wählt sich in das Netz sozusagen ein. Also und schon ist es drin. Dann aber hat es bei uns manchmal nicht gleich funktioniert. So 10 Minuten warten oder das Telefon auch mal neu starten, dann hat es meistens funktioniert. Schaut bei eAlo einfach mal rein. Da zum Beispiel kaufen wir meistens die Datentarife für die USA oder auch für andere Länder, in denen wir waren, wenn es gepasst hat. Vergleichen tue ich das Ganze grundsätzlich immer A mit Global Me. Was kostet mich das da? Weil wir können ja zu zweit. Und wenn wir zum Beispiel kürzer da sind, lohnt es sich, dass wir zwei SIM-Karten oder eSIMs kaufen sozusagen, die wir dann jeder für sich nutzen. Oder was auch möglich ist über jede eSIM, dass wir das Ganze über einen mobilen Hotspot, also über die Funktion des Smartphones, das Ganze teilen. Weiter wäre da noch ein Anbieter, der ja auch recht gut war. FlexiRomeX ist das Ganze. Und dort war es in Südamerika beispielsweise günstiger. Und da habe ich die Möglichkeit, wenn ein anderer, zum Beispiel Stefan jetzt, auch einen Account bei FlexiRomeX hat, dann kann ich ihm Datenvolumen abgeben. Das heißt, ich kaufe jetzt beispielsweise 3 GB und möchte, dass der Stefan mit seinem Account 1 GB bekommt oder 1,5 GB. Dann kann ich das da teilen. Das ist ziemlich cool. Dann brauche ich nämlich den Hotspot oder die Funktion des Hotspots von meinem Smartphone nicht nutzen, sondern kann ihm gleich die GB abgeben. Wie gesagt, FlexiRomeX, da könnt ihr mal schauen, wenn das für euch zutrifft vom Preis her, ist unser Platz 2 sozusagen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und Platz 3 wäre MobiMeta. Da haben wir zum Beispiel, wie ich ganz am Anfang sagte, die DTEC Happy Tourist Sim gekauft. Die kostet für 8,99 Dollar, glaube ich, hat die gekostet. Das ist in etwa oder absolut das Gleiche, wie wenn ich es am Flughafen in Bangkok kaufe bei DTEC, wo ich dann allerdings eine SIM-Karte bekomme. Ich glaube, die vertreiben die auch. Na, die ISIM am Flughafen vertreiben sie nicht. Da haben sie auf der Webseite DTEC selber den MobiMeta und einen anderen Anbieter genannt, wo ich die kaufen kann. Das haben wir letztes Mal gemacht, als wir in Bangkok waren und hat wunderbar super geklappt. Ganz ohne Ausweis, was man am Flughafen hätte machen müssen. Und ich hatte noch das Promotion-Angebot mitgenommen, 16 Tage gültig und ich glaube 15 GB waren das für 8,99 Dollar. Ja, das sind die drei günstigsten Anbieter, die wir so aufgetan haben. Übrigens, auf unserer Webseite ist da auch nochmal ein Artikel dazu. Klickt mal auf das I. Da schreiben wir oder in dem Falle Fabio hat das Ganze geschrieben. Nochmal zusätzliche Infos, falls ich jetzt in dem Video irgendwas vergessen habe. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich gar nicht viel. Wichtig wäre bei FlexiRom, da hatte ich einmal ein Smartphone getauscht und habe vergessen, dass man die eSIM bei FlexiRom, nur bei FlexiRom, nicht bei AirAlo, Replays, also tauschen muss. Warum auch immer, die ist wohl zugeordnet meinem Gerät. Und das musste ich dann, musste ich die anschreiben. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber der Support war super schnell. Wenn also das Gerät gewechselt wird, dann folgt einfach, wie in dem Hilfebereich dort steht, der Tausch der SIM-Karte zu einem anderen Smartphone. Ich habe es natürlich verpasst. Ansonsten hatten wir eigentlich keine Schwierigkeiten damit. Worauf man ein bisschen aufpassen muss, beim iPhone beispielsweise, ich habe den Datensparmodus immer aktiviert gehabt und das Datenroaming muss man aktivieren in dem Mobilfunktarif. Das sagt euch aber auch der Hersteller, wenn, oder das heißt der Hersteller, Quatsch, das sagt euch AirAlo, das sagt euch MobiMeta und das sagt euch auch FlexiRomX, dass ihr dort das einstellen sollt und dann funktioniert das wunderbar. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das ist unsere Alternative zu dem GlocalMe und zu dem Hotspot. Wie ich schon sagte, wir halten es trotzdem noch im Auge, denn auch für uns zählt der Preis und das Künstlichste, wer nimmt es nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, dann auch wieder mit Stefan. Ciao!